Tun dir auch schon die Füße weh, weil du auf Golem Island einfach kein Heli rufen kannst und bist du genervt davon, dass auf den Heli-Pads auf Golem Island einfach kein Heli steht, dann pass jetzt ganz genau auf. Reise auf Golem Island zum Sektor 3 östliches Biwak. Dann läufst du hier hoch, gehst durch das Gebäude und begibst dich mit dem Fahrzeug in Richtung Lava-Schild. Dann noch einmal durch dieses Gebäude, den Stairway to Heaven hoch und du bist schon fast da. Nachdem du jetzt dabei zugeschaut hast, wie die Behemoth-Drohne, die den Lava-Schild bewacht, durch projektilinduzierte spontane Selbstentzündung explodiert ist, läufst du einfach hier nach links und kannst ganz gefahrlos den Heli klauen. Gut, du könntest natürlich auch einfach an der Behemoth-Drohne vorbeilaufen und dann den Heli klauen, aber wer will das schon? Mit diesem Helikopter kannst du dann ganz einfach überall auf Golem Island herumfliegen, wenn du gut drauf aufpasst. Einzige Ausnahme ist der Nordosten der Insel, denn der wird von diesen kleinen Minitronen bewacht. Und natürlich musst du auch auf die Flugabwehrstellungen aufpassen. Aber wenn du gut drauf aufpasst, kannst du ganz Golem Island mit dem Heli erkunden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und viel Erfolg!